So, und wir machen weiter mit dem nächsten, beste Freunde, abbitterte Feinde. And we will find out forever. We all got two words for ya. Fire! The injuries sideline the showstopper. Until. Tonight, the game brings you the showstopper, the icon, Sean Michaels. Let's get ready to suck it! Well, it's time to face facts, Sean. And the fact is, the game has passed you by. Sean Michaels and I were never best friends. I used Sean Michaels to get to the top. Now I am the showstopper! Now I am the icon! What the hell do you want? Stage manager. Tell the game something. Keep going. What the hell happened? The hell happened? The only thing I know for sure, it was you, Hunter. You're damn right it was me, Sean. I was trying to prove a point. That you are weak. You are vulnerable. You think I'm weak? I recognize that I'm not in the best shape right now. The doctors have told me that I'll make a full recovery. Fact. They say I'll be 100%. 100% by, say, Summer Slam. What? Was that some kind of a challenge? You're damn right. The Heartbreak Kid, Sean Michaels. I know I can't wrestle anymore, but I can still fight. The time to fight is now. The Game Triple H. This time, I won't stop. I am coming to end your career. A non-sanctioned match. A non-sanctioned match. Yeah, was sich Triple H geleistet hat, war echt nicht sehr toll, dass er ihn nur ausgenutzt hat. Und, ähm, Sean Michaels ist auf einer meiner Lieblingswrestler, genauso wie die Generation X. Our last match is March 29th, 1998 at WrestleMania. He was the first ever Grand Slam winner. He's also the WWE Champion, Intercontinental Champion, European Champion, Tag Team Champion. And we're witnessing something that WWE has never seen. There's been so much controversy about Sean's return. Michaels has had several life-changing experiences since his retirement. This match is all about passion and pride. The evilness and the ego of a man that Michaels used to call his best friend, Triple H. Yeah, und Sean Michaels kämpft ja heutzutage nicht mehr dadurch, dass er, äh, halt gegen den Undertaker einmal bei WrestleMania seinen Streak, oder seinen Streak, äh, halt beenden wollte. Und er hatte es fast geschafft. Er war am dichtesten dran von allen und dann hat ihn das so fertig gemacht und hat ständig bei D-Generation X und mit Triple H verloren. Ähm, äh, und, ähm, hieß es halt, ähm, ja, also Undertaker hat dann gesagt, du willst diese Herausforderung. Okay, wenn du verlierst, beendest du deine Karriere. Wenn ich verliere, ist meine Serie, Siegesserie vorbei. Ja, und ihr könnt euch denken, wie es ausgegangen ist. Der Undertaker hat gewonnen. Ähm, deswegen kämpft Sean Michaels heutzutage nicht mehr, sonst würde er noch kämpfen. Also ich spoiler jetzt. Ja, wenn nicht, müsst ihr ein paar Minuten, ein paar Sekunden überspringen. Weil nämlich am Ende kommt die Generation X wieder zusammen. Und hier machen wir auch zwei Matches pro Folge. Ich warte mal, ob noch irgendjemand was redet oder nicht. Ich warte mal, ob ich auch nicht mehr, immer wieder zurückgezwungen sind. Der Folgen der nächsten acknowledging, non-sanctioniert ist es für einen Fall. Während es aus, aus Grenisch, CTG, wehäing 272 lb. Ripple H. Triple H ist die zweiteam premie W-W-W-E. Äh, wie auch Triple H turnen an Michaels. Michaels helpen Motivation bis zu lineed. ja sie ist so gut dass ich noch mal gewartet habe damit wir auch alles mitnehmen können und dies ist ein match ohne regeln wir haben vier stuhl mit reich nun schätze neck breaker swing neck breaker schnell den stuhl nehmen schnell den stuhl in der Nähe der Stuhl doch nicht nicht doch nur ja erholt sich natürlich jetzt in der sich im Vorschlag am meisten er nimmt sich dasselbe was ich mir nehmen ja das Geld Dankeschön fürs Hohen immer schön kritischen Schaden müssen ihm zu fügen Mieter Stoß kaputt ist das ist nicht gut aber wir können ja ein paar Mieter wenn wir es sind zum Beispiel durch den Tisch krachen lassen was ja gut nein nur kacke kacke ist hier ist es wie wird die kundur kommen du scheiße nein kommt schon lass mich doch mal nein 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 ich habe die jürgermeister nein scheiße jetzt aber okay nein und jetzt den signature vom oberen seil ich weiß schon was passiert hier noch nicht also let's go das ist Das ist ein Torchner, Cover, und Michael somehow ist es in es. Und wieder ein Cover, und wieder HBK Kicks Out. Ich denke, es ist die Wille zu Win für Shawn Michaels. Jetzt ist es nur die Wille zu Survive. Aber kann jemanden Survive das Onschlaut von der Game? Triple H ist living. Triple H kann nicht believe that Shawn Michaels ist still in dieses Ding. Und wiederholt, und wiederholt, und wiederholt. Hier ist die Cover. Und wiederholt, HBK, und wiederholt. Und wiederholt, und wiederholt, und wiederholt, und wiederholt. Und wiederholt, und wiederholt, und wiederholt, und wiederholt. Das ist absolutelig unglaublich. Und natürlich, du kannst du, Triple H kann nicht believe es. Wie ist Shawn Michaels surviving dies, Michael? Triple H ist getting extremely frustrated, und wir wissen wie möglich das Triple H kann sein, wenn er frustriert. HBK. 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 Tschüss. Ah. Freundchen, du checks das echt nicht, ne? Nein, wo ist der Tisch hin? Nein. Gib mir ein Tisch. Gib mir ein Tisch. Gib mir ein Tisch. Gib mir ein Tisch. Nein, Tisch. Oh, Mann. Etwas schneller. Gut. Lehnen, ja. Wir kommen der Sache dichter. Ja. Nein! Was macht er? Der Held trifft doch mal! Nein! Nein! Aua. Scheiße. Nein. Geht doch. War jetzt nicht so spektakulär, aber immerhin. Die Animation sollten sie mal lang schon besser machen von den Tischen. Oder auch generell von einem anderen. Aber egal. Naja, so egal. Mann, Alter, das gibt's auch gar nicht. Wir sind hier nicht mehr fertig. Nein. Nein. Oh, voll auf den Tisch, ey. Komm schon, jetzt, schnell. Ja, gut, das wird, glaube ich, nichts. Aber ich glaube, den Move, den er jetzt macht, hat auch... Die Nähmung mit den Fliegenen... ...Einbogen... Ach, komm, leck mich doch, Alter. Oh, Wichser. Mann, ich will den Oh-Mein-Gott-Moment machen. Warte. Nein. Muss ich abbrechen, weil wir sonst gewinnen. Äh. Jetzt aber. Heben und... Aber er hat immer noch keinen kritischen Schaden. Das bedeutet, wir müssen weitermachen. Jetzt. Toll. Leck mich doch. Jetzt dürfen wir Switching Music ausführen. Naja, dann müssen wir uns halt noch was Neues. Oh, guck mal. Naja. Weißt du was? Nehmen wir doch mal seinen Lieblingsfreund. Den Vorschlaghammer. Du bist Vorschlaghammer. Das gibt's doch gar nicht. Mann. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt aber. 德 G taxi-T versus Rodney Piper in a boxing match. Elbow-druck! camper mortgage�чив getting son Castle yapıyorsun. Oh, N texture! nicht Das ist unglaublich. Ich kann nicht glauben. Hier ist dein Winner, The Heartbreak Kid, Shawn Michael. After one of the most brutal, severe beatdowns I have ever seen, somehow a beatdown. My God. Triple H with a sledgehammer. Not that. From behind. After everything Shawn has survived, now the sledgehammer. Oh no. Come on referee, get the hammer away from the game. This is too much. Sick game. He's gonna cripple Shawn Michaels. He may have already done it. Disgusting. So what is height triple H? After a four year absence, Shawn Michaels made an unprecedented return at SummerSlam to defeat Triple H. But the Heartbreak Kid's celebration was cut short by the vengeful cerebral assassin. The showstopper was forced to take time off due to injuries sustained from Triple H's anus attack. But despite a humiliating loss, Triple H would soon have reason to celebrate. WWE undisputed champion Brock Lesnar, elected to exclusively defend his title on SmackDown, leaving Raw without a champion. As a result, the World Heavyweight Championship was reinstated on Raw, and awarded to none other than the King of Kings, Triple H. With the gold securely around his waist, and HBK on the sidelines, Triple H wore Raw as he saw fit. That is, until word of an unprecedented event that would take place at Survivor Series, and a strong message from an old friend. Let me prove to you just how far I've come. See the back of a moment! HBK is coming back! It's somewhere down below! HBK is going to get shot! Oh, I'm gonna get shot! HBK is coming back! Das war's für heute. Die Folge ist ein Non-Title-Title-Title-Title-Title-Title-Title-Title-Title. Hmm, kein Titel-Match. Achso, doch, ein Kals-Kett-Match. Aber es geht nicht um den Titel. So, das gehört zu seinem Lied. Die, ich dachte gerade, hä, was ist das jetzt? Und wir spielen Kay, ja. Jetzt, die Nahrung abtragend sind. Schöner, die die Zielgleiche machen. Und Cass-Kett-Match bedeutet, wir müssen Triple H in den Last-Ritle-Title-Title-Title-Title-Title-Title-Title-Title-Title. Und was sollen wir jetzt machen? Spendet Triple H in einem Sack. In den Sack, ey. Nein! Kacke, ey. Nein, warum kann man eigentlich den Ring verlassen? Scheint mir nämlich nicht so. Nein, kann man nicht. Gut zu wissen. Naja, so gut nun auch wieder nicht, aber... Scheiße. Nein! Nein! Boah, die mal mit ihrem Abtasten. Ja, gut. Moan, ey. Geht doch. Meine Güte, ey. Und er ist schön mit dem Knie auf die Matte. Warten, bis er aufsteht. Sich greifen und... Suplex! Oh! Chokeslam! Oh nein! Und... 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 Signature! Führer einen Chokeslam out, kein Problem. That casket is open. My God, my God, who is in the casket? Shawn Michaels is in the casket, Heartbreak Tindley's in the casket. ABK comes out of the casket to become Triple H's worst nightmare. We haven't seen Shawn Michaels in SummerSlam. He's back. Michaels is feeling it. Look at this. Tune it on the band. Yeah! Sweet Tim Music! The Heartbreak Kid set on stage! The Shotsdubber to stop the zone for Triple H's. Not good, not good. He is slowly getting dissected. Stimmt, yeah. Den muss man erst in den roten Bereich bekommen, damit man in erste Reihen rollen kann. Naja, machen wir mal. Black Drop! Abgewehrt! Tag und rollen! Tag und rollen! Scheiße! So schnell kann ich gar nicht reagieren. Nein! No, das gibt's doch nicht ey! Dann schlägt man zweimal und trotzdem trifft keiner. Ohhhhh, nein! welcher knöpfe selbst ich drücke so schnell wie ich kann muss halt noch ein schock-slam ran was geht das hier nicht ja leider haben wir noch kein schock-slam hochnehmen sidewalkslam joke-slam na komm bleibt da noch ein bisschen liegen zack ja 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 voll der elegante dann bedankt mich michael so michael so michael ...dancing on top of the casket that holds the body of Triple A. How symbolic.